Keinen Zweck zu warten, Mike. Die Prophezeiung ist da und mit jeder Stunde kommen wir ihrem furchtbaren Ende näher. Mann, wenn ich meine Schattenkräfte bei den fünf nicht anwenden kann, sitzen wir tief in der Scheiße. Ich habe da eine Idee. Dein hochverehrter Vorgänger Maxim St. James hat einmal L'Eklipsaire erwähnt. Den Überbringer der Nacht. Eine uralte Klinge von der... Untertitelung des ZDF, 2020